ich werde doch was ein bisschen was zu dem stück sagen mal wieder dieses stück ist von adriana hölzky monolog mit pauke heißt das und es schildert eine situation man sitzt am frühstückstisch schließt zeitungen und regt sich über zwei drei zeitungsartikel tierisch auf das werden sie schon merken dieses stück ist sehr kurios sehr witzig also lachen ist erlaubt übrigens immer ich habe mir bewusst stücke rausgesucht wo auch wirklich das komische element sehr wichtig ist und wenn was sehr skurril wirkt oder witzig dann ist das auch schon so gemeint viel spaß so 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 Polizei, Rettung, Unfall, Feuerwehr, immer mehr. Puh, 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 Puh. Puh, 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 und Auto, Feuerwehr, immer mehr. Puh, 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 immer wieder mehr. Buhh, 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 Buhh. Buhh, 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 Buhh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Das war's für heute. Ha! 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 G-g-g-p-z. Mehr meine 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 kann my meine meineИ upstairs minha meine meine Hände Oh Max Macher Tata 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 Applaus